Moinsen und willkommen zurück zu Spellforce 3 und jetzt haben wir die Mission, dass wir diese Trolle irgendwie erschlagen müssen oder wie wir auch mal sagen möchten dazu. Zwei, ich habe aber drei gesehen. Eins, zwei, ach ne, jetzt sind die. Ne, da ist noch einer. Neh mal, der ist tot. Oh, shit. Oh, lol. Okay. Äh, macht euch mal. Äh. Ei, 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 ei. Oh, okay, 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 weg, 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 keine Chance. Das kannst du völlig vergessen. Klingt gut. Ja, gut, wir könnten mal den, äh, platt machen, aber, aber das dauert ewig. Da brauchen wir locker, die ganze Folge, wenn wir den so platt machen wollen. Oh, nee, der regeneriert Leben sogar. Ne, 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 ne. Das kannst du ja völlig vergessen. Der ist ja feuerresistent. Da brauchen wir einen Magier. Aber woher nehmen wir die Stählen? Wir haben keinen Magier. Na ja. Oi. Der ist aber heftig. Ähm. der ist aber okay unser troll kommt zur stützung abtrünniger hüter es ist ja okay weg 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 ja weg 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 macht euch bereit du nicht du nicht scheiße der heizig faktor heizig kacke guter plan das kriegen wir vielleicht klein machte ich mir gar nichts weiter der war wirklich hartnäckig junge heilen bonus und schön 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 okay das wäre nicht schlecht lernen wir auf jeden fall und auch wenn ich schildschlag schlacht sport herrschung 1 bereich nächste jahre schild okay steigern schaden wenn ihr zwei waffen gleichzeitig das ist scheiße steigen schaden mit einer zweihandwaffe nein es ist auch scheiße nein es ist auch kacke toll alles gibt es aber nicht hat aber brutalität stellen schaden von auto attacken und 4 prozent das ist gut so und du ganz fern kann schießt er frei aus einem licht auf dem sind fein der weißen schaden zufügt und das unter drei schauen pju pju all heim das ist gut für den berufschützen noch ein punkt mit fernkampfwerfen das ist okay das nehmen wir gut speichern jetzt sind ja was soll diese das ist ja nicht der probleme ziel naja das sieht schon besser aus so auch schon kurz guck mal ob sie damit anfangen kann waffen 15 18 ach so dass es ist dasselbe ja gut kurz was mit dem schild hier aber 84 das können wir sogar noch nehmen benötigt dies leisten blablabla ungewöhnlich okay mehr parierchance geht erstmal hier lang taha in dieser richtung lagern die orks wir sollten ohne eine armee da nicht weitergehen es sei denn du hast vor ein spieß mit einem kopf zu schmücken bleib mal spannend okay wenn da die orks sind ähm was ist das da blau mit ach so das ist dieser stein den ich da okay da lang warte mal wo sind wir denn auch gott diese karte ach das sind wir raus hier okay da lang sind die orks gut dann gehen wir jetzt da hin ich hoffe er läuft nicht außen rum ne macht er nicht da sind die orks das ist aber ich bin echt gespannt ob mir noch einfällt wie ich die trolle erlegen kann trolle sind auch in jedem spiel übermächtig aber umso mehr erfahrungs und belohnungszeug bekommen wir denn so dann gucken wir uns mal dieses lager der späer an dazu rockische rohling Ich bin ja dann schon... warte mal. Uiuiuiui. Wie ist der Plan? Noch einer. Das wird lustig. Ja, lustig. noch mal du machst nur so die schwinger hier jetzt auf dem da bitte einmal heilen sie werden fallen der problem zu sehen wir kriegen auch immer von dem unterstützung perfekt ich habe schon mal und starb wieder was für magier und ich habe keinen magier ist klar beide lager sind neutralisiert gehen wir zurück zum kommandanten ich kann es kaum erwarten beide lagen das zwei lager gewesen wo ist das hier es ist eine ein steinbruch ok ich höre es mal noch weiter gucken wir noch so dass wo ich hier gegen orks antreten sicher doch das ist wachtturm ok ich sehe schon wir können hier wohl erstmal nichts weiter machen ich schaue mal hier noch mal rein steinlager weg lauf lauf okay komm scheiß drauf die schaffen wir die paar hier heilen okay gibst du noch mehr wieso kann ich nicht rennen er konnte nicht rennen weil er so wie wir leben waren schauen gibt es hier noch da ist noch da ist noch was zum guten das war ja nicht so viele jetzt oder 2 da die werden wir noch hinkriegen ich noch ein paar mehr versteckt aber dann kriegen wir hin das schaffen war heitere gehen doch ganz schnell weg durch ich habe gedacht klingt gut ich brauche rein und schaffst du noch ohne heilung zu benutzen verdammt ich brauche heilung so geschafft schauen wir uns das mal an kriegshacke weithändisch also wer ist der plan gibt es hier noch was was ist ich glaube gar nichts erforschen erforschen erkunden oder luten da waren wir gerade da sind wieder einheiten sicher doch gut kommt zwar zurück alles klar gehen wir zu ihm zeigen immer sagen wir haben es erledigt die glauben wir mal das entspielen kann man alles erzählen ach das habe ich gar nicht jetzt gesehen gehabt so ein mister gut machen daher okay ja die folge geht das nicht so lange naja egal ansonsten nehme ich die runde rein die folge mich nicht erzähle jetzt hier ich habe mich um die orklager gekümmert schwachsinn hier ganz allein okay ich glaube es auch nicht ist mir egal wie im leben werde ich einen fremden meine milizen übernehmen lassen nicht für eine verfickte minute jetzt zischt ab die namen bei deines vaters einsetzen wir hatten eine abmachung wir hatten eine abmachung nein die hatten wir nicht ich sagte ich werde darüber nachdenken euch zu rekrutieren und das habe ich getan und mein entschluss ist dass ihr euch verpisten sollt denn ich habe zu tun alles klar ich denke wir gehen jetzt am besten ich kenne männer wie ihn er fürchtet sich davor dass du dich als besserer anführer herausstellen könntest und deshalb schlägt er um sich ein klassiker was das stimmt nicht ich ach drauf geschissen wenn ihr um klara wirklich denkt ihr könnt das besser als ich dann gut aber erwartet nicht dass ich hier bleibe während ihr meine männer in den tod schickt drecks wichser alle miteinander okay er hat sich verzogen ihr habt es also tatsächlich geschafft macht zu überzeugen ich bin beeindruckt auch wenn es eine schande ist dass er uns verlassen hat er war mal ein guter mann wisst ihr aber als das mit seiner tochter passiert ist das hat ihn einfach gebrochen was ist mit seiner tochter passiert reden wir nicht darüber es tut nichts zur sache aber wie dem auch sei ich bin froh dass unser plan aufgegangen ist jetzt sorgt dafür dass ich es nicht bereue ich werde die dorfbewohner wissen lassen dass ihr jetzt das kommando habt gut ich werde einen angriff auf die orks vorbereiten ja und eines noch vergesst nicht was auf dem spiel steht in ordnung diese truppen die ihr in die schlacht schicken werdet sie sind söhne töchter brüder und schwestern und sie werden euch vertrauen weil ich es tue ich werde mein bestes geben seht zu dass das ausreicht okay jetzt bin ich gerade sie meinte was von mit seiner tochter ist vielleicht der vater von der die damals verbrannt ist als ich befreit wurde wer weiß welche wachtung erschlossen durchschauen ihre welt haben gottstein arbeiter zu weisen verbrauchen wir denn jetzt hier überhaupt das ist kann man das eigentlich auch einnehmen nee ist nix zum einnehmen na gut denn nehme ich doch ein bisschen mit in die folge hier rein genau da treten wir als erstes an beziehungsweise nehmen das ein so meine armee bitte dahin hier um kann man nichts weiter einnehmen greifen die auch von hier an ich hoffe nicht der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert das ist schön kommandant so klingt gut jetzt sollten wir ach ich sehe gerade da ist der nächste bereich ok dann werden wir jetzt hier steinbruch bauen macht sicher gut gerade wenn ich ein steinbruch ist steinbruch holzfäller hütte 67 300 holz gibt es hier insgesamt das ist ja jetzt nicht so die welt hier ja jägers hütte 140 fleisch wir können hätten auch 150 ein gebäude wurde errichtet was ist das hier ach da ist noch holzfäller hütte schon ah okay die können ja auch so alles klar so haben wir auch irgendwo was für essen 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 hütte aber es sieht nicht so aus das ist das okay dann machen wir bauen wir hier noch steinbruch nicht ne jägerhütte 150 nahrung das knallen wir dahin alle drei gut die sammeln steine ja das ist die frage von wo kommen sie denn von hier ah cool gehen wir das hier ist mein das ist ein guter ort ich glaube dann baue ich wachtturm hierhin der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert so haben wir auch okay und hier wir müssen hier ist ein steinmetz brauchen wir holz ich habe ihn noch übrig noch vier mann keine ahnung was das bringen soll ich kenne uns ja nicht angreifen und hier ne ne ey hoi 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 oi 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 äh wo ist meine armee ja sicher doch ein gebäude wurde errichtet okay alter rennt er jetzt hier querfeld ein oder was worum geht's kundschaft da ist das anscheinend das ist krass so aufwerten es fehlt halt an alles ey es fehlt halt übel an holz holz Gall holz halz 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 halte holz ganz viel holz woche wird nicht wirklich fertig hier ist hier 1 ok gut wieder machen wir jetzt die schluss mit der folge jetzt ist es lange noch in der nächsten werden wir mal weiter versuchen da kommt der speer der ist weg der nächsten folge wenn wir dann weiterhin versuchen uns auszubreiten vor allem auf holz zu gehen ja und dann sage ich jetzt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal